Heute erzähle ich zum ersten Mal von meinem ersten Verfahren gegen mich persönlich als Beschuldigten. Zumindest von meinem ersten Verfahren bei der Rechtsanwaltskammer aufgrund eines YouTube-Videos, weil ich in einem YouTube-Video zu explizit geworden bin. Und ich erkläre euch genau, wie es dazu gekommen ist und was in dem Fall vorgefallen ist und warum ich es heute ganz genau so wieder machen würde. Der Fall spielt vor ein paar Jahren. Wir wurden angerufen als Anwälte von einem Mandanten, der ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren laufen hatte. Es ging um Betäubungsmittelstrafrecht. Bei dem Mandanten wurde ein paar Wochen zuvor durchsucht, aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses, so weit, so gut, und es wurde sichergestellt, 150 Gramm Marihuana und 30 Gramm Amphetamin. So weit, so schlecht. Vorweggeschickt für diese Menge, 150 Gramm Marihuana und 30 Gramm Amphetamin, wenn es richtig gut geht in der Verteidigung, ist da eine Geldstrafe drin. Da muss nicht unbedingt Freiheitsstrafe ausgesprochen werden, da kannst du eine Geldstrafe schaffen. Wenn es schlecht läuft beim erwachsenen Ersttäter, bist du in der Bewährungsstrafe. Für die Menge, 150 plus 30, wirst du nie irgendwie drei oder vier Jahre bekommen als Ersttäter. Ausgeschlossen. Dann wird der Mandant festgenommen. Und da fragst du dich schon, warum denn eine Festnahme? Gibt es irgendwie Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr? Nein, es wurde ja alles beschlagnahmt, auch das Handy. Auf jeden Fall wird von der Polizei rechtswidrig festgenommen. Dann sitzt der Mandant in der Nacht bei der Polizei. Da kannte der Mandant uns noch nicht. Das heißt, er sitzt bei der Polizei und sagt, ich möchte einen Anwalt anrufen. Die Polizei lässt ihn auch einen Anwalt anrufen. Muss man der Polizei tatsächlich hoch anrechnen, dass sie hier ihrer Pflicht nachgekommen sind. Heißt, die Polizei erfüllt ihre Mitwirkungspflicht und zeigt dem Mandanten, dem Beschuldigten, die Liste der Pflichtverteidiger, die vielleicht auch gerade Notdienst haben. Der Beschuldigte ruft irgendeinen aus der Liste an. Wohlgemerkt Pflichtverteidiger. Ja, aber dazu kommen wir später. Er ruft ihn an. Und dieser, ich sage Anwalt, in meinem ursprünglichen Video habe ich andere Wörter verwendet, aber man darf ja nicht alles sagen als Anwalt. Auf jeden Fall, dieser Pflichtverteidiger, Anwalt, sagt jetzt mit der Polizei, da ist sich Polizei und Anwalt einig, bei dieser Menge kriegst du keine Bewährung mehr. Heißt, Freiheitsstrafe über zwei Jahren. Bei dieser Menge wirst du in den Knast gehen. Wenn du jetzt hier und heute nicht alles zugibst, ja, geschenkt und auch quasi eine Lebensbeichte ablegst. Das heißt, Aussage nach Paragraf 31, du verrätst alles und jeden und sagst alles, was du in den letzten Jahren irgendwo gekauft hast. Die Polizei und der Anwalt sind sich da einig. Der Anwalt am Telefon. Der Anwalt hatte da keine Akteneinsicht. Er hat sich nur von der Polizeistelle zwei Sätzen schildern lassen, wie denn der Fall liegt. Und sagt dann, lieber Beschuldigter, mein Mandant, du musst jetzt alles zugeben und eine Riesenaussage machen. Dann macht der Mandant eine Lebensbeichte. Und dann werden in seinem Geständnis, werden aus den 150 plus 30 Gramm, viele, viele Hunderte von Gramm. Eine Katastrophe. Mit diesem Fehler macht der Anwalt aus einer möglichen Geldstrafe eine Bewährungsstrafe. Und dann wird es, der kriegt dann nicht mehr eine kleine Geldstrafe, sondern bist du in ein, eineinhalb Jahren auf Bewährung. Ein gigantischer Fehler. Der Fehler 1, jetzt mal von Paragraf 31 abgesehen, der Fehler Nummer 1, der Riesenfehler, er rät seinen Mandanten zu einer Aussage, ohne die Akte zu kennen. Der lässt sich nur von der Polizei kurz schildern, was ist passiert und sagt dann am Telefon, ja, das machst du so und so. Ohne Akteninhalt machst du keine Aussage. Punkt. Das ist eine Grundregel und die muss jeder kennen. Die muss jeder Anwalt kennen. Du lässt deinen Mandanten nicht eine Aussage machen, ohne die Akte zu kennen. Davon gibt es keine Ausnahme. Genauso wie wir immer in unseren Videos dazu raten, immer die Aussage zu verweigern, rätst du auch, wenn du mit deinem Mandanten telefonierst und der sitzt bei der Polizei, ihm nur genau eins. Und das ist die Aussage zu verweigern. Davon gibt es keine Ausnahme. Erst recht rätst du deinen Mandanten nicht dazu, aus 150 Gramm und 30, die sie sichergestellt haben, mit einem Geständnis, viele hunderte Gramm zu machen, die die Polizei niemals erfahren hätte. Das ist nicht ein Anfängerfehler, sondern das ist einfach nur schlechte Arbeit, wäre noch zu viel gesagt. Es ist kontraproduktiv. Er liefert seinen Mandanten wissentlich und willentlich ans Messer. Oder man unterstellt, er weiß es nicht besser. Aber dann kannst du dich nicht Strafverteidiger nennen. Du kannst nicht Strafrecht als Anwalt anbieten und sagen, liebe Leute, kommt zu mir, ich verteidige euch. Ich bin sogar Pflichtverteidiger, auch bei schweren Fällen. So viel Einfühlungsvermögen oder Selbsteinschätzung muss ich da haben, wenn ich weiß, ich kann es nicht, dass ich dann es nicht tue. Und im Endeffekt die Grundregel, keine Aussage ohne Aktenkenntnis, die ist Fakt. Da gibt es keine Ausnahmen und das muss jemand, der sich Rechtsanwalt für Strafrecht nennt oder Pflichtverteidiger, der muss das wissen. Und auch die Polizei muss es wissen. Und die beiden, die Polizei und der Anwalt, liefern den Beschuldigten ans Messer. In Kooperation. Und diesen Fall habe ich öffentlich gemacht, anonymisiert und habe darüber gesprochen und habe etwas explizitere Wörter verwendet. Also unter anderem das A-Wort. Aber nicht in beleidigendem Sinne. Ich habe den Fall anonymisiert, ich habe keine Namen genannt, ich habe nicht mal gesagt, welche Polizeidienststelle es war. Ich habe nicht mal gesagt, welches Bundesland es war. Übrigens, es war nicht Bayern. Also es war unmöglich, irgendwie da Rückschlüsse zu ziehen, wie er jetzt hier gemeint war. Und dann kommt die Anwaltskammer. Weil irgendein aufmerksamer Mitarbeiter der Justiz, das heißt wahrscheinlich, ich würde jetzt mal schätzen, irgendein Richter oder Staatsanwalt, hat mein Video gesehen und mich dann bei der Rechtsanwaltskammer angezeigt. Anonym übrigens. Hat mich anonym bei der Rechtsanwaltskammer angezeigt. Als quasi Justizmitarbeiter, hat er das weitergeben lassen, anonym, dass ich quasi hier Kollegen beleidigt habe und Polizisten beleidigt habe. Und was macht dann die Rechtsanwaltskammer? Hat dann ein Verfahren gegen mich eröffnet. Also quasi ein Disziplinarverfahren als Anwalt, weil ich berufliche Pflichten verletzt habe. Das Sachlichkeitsgebot und haben es dann als reißerische Werbung betitelt. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum, liebe Rechtsanwaltskammer, kümmert ihr euch um mich, der in einem Video eine falsche Wortwahl benutzt und kümmert dich aber nicht um diesen Anwalt, der seinen eigenen Mandanten als Messe liefert. Das ist eure Aufgabe, liebe Rechtsanwaltskammer. Wenn ihr davon erfahrt, dass ein Anwalt seine Mandanten ans Messe liefert, in Zusammenarbeit mit der Polizei. Das hat die nicht interessiert. Ich wurde zu keinem Zeitpunkt von der Rechtsanwaltskammer gefragt, wer war denn der Kollege? Wer ist denn dieser Anwalt? Dem wollen wir nachgehen. Nein, es ging nur darum, dass ich nicht in YouTube beleidigende Wortwahl verwenden habe. Und da, ja, das war so auch ein Anfang meiner YouTube-Karriere und hat mich im Endeffekt noch weiter angesprochen. Ich werde versuchen, ich gelobe Besserung, ich werde versuchen, wenige drastische Worte zu benutzen. Kann es nicht immer versprechen. Ich werde aber vielleicht meistens keine beleidigende Wortwahl verwenden. Hoch und heilig versprochen. Wenn ihr euch für Strafrecht interessiert, gerne folgen demnächst mehr.